Liebe Community, heute mit Magdalena Groneberg. Sie arbeitet im Marketing im Healthcare-Bereich der Telekom AG und wir sprechen über das Thema Magenta Health. Ja, liebe Magdalena, was ist dein Bezug zum Gesundheitswesen? Mein Bezug ist nicht nur, dass ich gegenüber der Uniklinik in Essen gewohnt habe, sondern ich bin in Essen aufgewachsen und bin dann 2007 nach Bonn gezogen für einen Job und mein Chef hatte mich damals gefragt, ob ich mit ihm den Gesundheitsbereich bei der Telekom mitgestalten möchte, also das Gesundheitswesen digitalisieren möchte und bin dann mit ihm gekommen und seitdem arbeite ich als Marketingverantwortliche in dem Bereich. Also ich werbe als Marketingverantwortliche dafür, dass sich modernste Technologien mit der Gesundheitsbranche sicher verknüpfen lassen. Und ja, also unsere Mission oder unser Anspruch ist es auf jeden Fall, den Ärzten und Pflegekräften mit digitalen Anwendungen dabei zu unterstützen, dass sie wiederum ihren Patienten die heute bestmögliche Versorgung anbieten können. Marketing bedeutet ja letztlich auch, Menschen überzeugen von welchem Produkt auch immer oder auch von einer Strategie. Wie sind deine Erfahrungen im Kontext Digitalisierung, Ärzteschaft, vielleicht auch die Pflege, Wie offen geht man diesem Thema um? Also Marketing ist nicht zu unterschätzen. Damit kann man Menschen erreichen. Und ja, es ist wichtig, glaube ich, Menschen nicht nur Produkte zu zeigen, sondern auch Perspektiven, dass man wirklich Perspektiven aufzeigt, mit denen man Probleme lösen kann. Und ich glaube, ein ganz, ganz großes Thema ist Vertrauen, Transparenz und Vertrauen, gerade in dieser schnelllebigen Welt, wenn es um Digitalisierung geht und es wandelt sich die ganze Zeit und die Menschen kommen nicht mit. Also Vertrauen in einen starken Partner, Vertrauen darauf, seine Patienten, also Patientendaten in fremde Hände zu legen, aber auch Vertrauen, dass man Digitalisierung nur dort einsetzt, wo sie wirklich Sinn macht und wo sie auch Probleme lösen kann. Wenn du jetzt mit zum Beispiel Ärzten sprichst, erlebst du das, dass manche sagen, oh Gott, schon wieder Digitalisierung und ich kann es bald nicht mehr hören und bei mir läuft doch alles ganz gut oder erlebst du, dass sie alle sagen, prima, helfen Sie mir jetzt auf diesem digitalen Weg, ich will da weiterkommen. Wie ist so dein Erlebnis? Menschen sind halt unterschiedlich. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es hängt von den Erfahrungen ab, die sie gemacht haben. Es hängt davon ab, wie alt sie sind und wie offen sie gegenüber, sage ich, neuen Dingen sind. Veränderungen. Viele Menschen haben ja Angst vor Veränderungen und Vertrauen ist dann eben auch ein Riesenthema, dass man das Vertrauen gewinnt, dass man denen zeigt, ja, Digitalisierung kann wirklich helfen, kann Probleme lösen, kann zum Beispiel von Routineaufgaben entlasten, wie zum Beispiel Dokumentationsaufwände. Die Anforderungen werden immer höher. Ich glaube, das wird mir jeder Arzt bestätigen. Und wenn Sie das erkannt haben, das ist eine Art Kulturwandel, wenn Sie das erkannt haben, wenn Sie wirklich erleben, dass es Ihnen hilft, dann wird Ihnen auch nichts dagegen sprechen. Wir haben zum Beispiel, wir bieten auch unter anderem die elektronische Patientenakte an. Das ist das verlängerte Krankenhausinformationssystem auf dem iPad. Und am Anfang sind natürlich alle skeptisch. Aber wenn man das iPad einmal in der Hand hatte und wirklich die Vorteile sieht, dass man alles einträgt und das automatisch übertragen wird ins System, dass man nichts doppelt aufschreiben muss, dass man einfach entlastet wird und mehr Zeit für den Patienten hat. Wenn man das erkennt, dann ist der Weg, glaube ich, nicht mehr weit. Ich würde da gerne nochmal nachsetzen. Also dieses Thema Kulturwandel und auch Bereitschaft zu dieser Veränderung. Wenn wir überlegen, dass heute die Hausärzte ein Durchschnittsalter von 58 Jahren haben, hast du die Erlebnisse gemacht, dass du mit Jüngeren leichter solche Veränderungen eingehen kannst? Oder hast du auch, ich sage mal, bei vielen vielleicht auch etwas Älteren in der Praxis genauso viel Offenheit erlebt? Wie ist deine Einschätzung? Wie gesagt, diese Offenheit hängt von vielen Faktoren und Erfahrungen ab. Nicht nur vom Alter. Nicht nur vom Alter. Aber wenn wir zum Beispiel auf das Alter wieder zurückkommen und sagen, der durchschnittliche Arzt ist 58 Jahre, dann kann ich mir vorstellen, dass er keine Lust mehr hat, viel für sich oder in seiner Praxis zu verändern. Es lohnt sich einfach aus seiner Sicht nicht mehr. Bis wann arbeitet er noch? Bis 65, bis 67. Und ich denke, das ist jetzt gerade eine Spanne, vielleicht insgesamt noch zehn Jahre, die diese digitale Transformation mit sich bringt. Und ich denke, in zehn Jahren werden wir da auf jeden Fall weiter sein. Also wir wissen, dass wir Branchen und auch anderen Ländern in Sachen Digitalisierung im Gesundheitswesen hinterherhinken. Ja, das ist vielleicht so. Aber ich würde den Spieß umdrehen. Ich würde es eher positiv sehen. Wir haben zum Beispiel in Deutschland eine hervorragende Gesundheitsversorgung. Um ein Beispiel zu nennen, wir sind in Sachen Mortalität für Herzinfarkt deutlich gesunken und sind da vergleichbar mit Schweden. Auf der anderen Seite haben wir viele Digital Health Studien, die bereits gelaufen sind. Das heißt, wir haben hier eine wachsende Akzeptanz. Wir können Schlüsse ziehen aus diesen Studien und wissen nachweislich, dass Digitalisierung, ja, dass die Gesundheitsversorgung verbessern kann. Ja, das wissen wir aus diesen Studien. Wir haben Smart Hospitals, wir haben Digital Champions, die immer mehr ausgezeichnet werden in Deutschland. Wir haben viele junge Initiativen, die sich wirklich leidenschaftlich für das Thema einsetzen. Elektronische Patientenakten bei Krankenkassen, also vereinzelte Projekte. Ich glaube, das Datenschutzniveau ist in Deutschland einzigartig. Und das Einzige, was wirklich hier noch aussteht, ist natürlich der regulatorische Rahmen und die Standards, damit alle wirklich, ja, eine Basis haben und die Vernetzung und die Integration dieser einzelnen Anwendungen. weil Datenspeicherung, Datentransfer und Diagnosen, sie benötigen entsprechenden Unterbau und der muss verlässlich sein und muss sicher sein. Und das steht halt noch aus. Ja, Magdalena, Magenta Health heißt ja die Folge, was soll denn jetzt schriller, bunter werden und vor allem, wie kann es gelingen, dass das Gesundheitswesen ein bisschen positiver gestimmt ist? Ich glaube, dass Technologie oder Digitalisierung einfach ein riesiges Potenzial hat, also ein Potenzial, Behandelnde von ihren Routinetätigkeiten zu entlasten. Auf der einen Seite, wir wollen ja nicht, dass die Behandelnden, die uns sozusagen pflegen und uns helfen oder uns das Leben retten, dass sie zu Verwaltungsfachangestellten werden. Ja, wir möchten sie unterstützen und auf der anderen Seite hat Technologie das Potenzial, dass sie Menschen eben die heute bestmögliche gesundheitliche Versorgung bietet, denn wir haben auf der Veranstaltung DigitalX gesehen, wie weit Deutschland in Sachen Digitalisierung ist, nicht im Gesundheitswesen, aber auch in anderen Branchen. Wir sprechen mit Smartwatches, wir fahren Elektroautos, wir sitzen in Flugtaxis, ja, das ist nicht weit, es ist da und auf der anderen Seite, ist die Gesundheitsbranche auch noch nie so weit, wie sie heute war. Es wurden noch nie so viele Krankheiten geheilt, zum Beispiel Krebserkrankungen oder ja, also so weit waren wir halt noch nie und ich glaube, es ist wichtig, diese beiden Bereiche zusammenzubringen, um den größtmöglichen Nutzen für Menschen, für uns Menschen herauszuholen und dafür ist es eben wichtig, dass wir gemeinsam arbeiten, ich glaube Diversity ist hier ein Stichwort, dass wirklich ältere Menschen zusammen mit diesen Jüngeren zusammenarbeiten, sich austauschen auf verschiedenen Plattformen, gemeinsam Netzwerken, auch gerne über Social Media und einfach Erfahrungen tauschen, sich vielleicht auch ergänzen, die Erfahrungen der Ärzte zum Beispiel koppeln mit den Digitalisierungsansätzen, den Startups und so weiter der jüngeren Generation. Ich wünsche mir, dass das Gesundheitswesen transparenter wird, dass es einfacher wird, ganz banal wünsche ich mir, dass ich meinen Impfausweis zum Beispiel immer dabei habe, dass meine Ärzte meine Vorgeschichte kennen, dass ich nicht doppelt geröntgt werde, ja, das ist alles schon passiert, nur wegen eines Umzugs und weil ich meine Röntgenbilder auf Papier nicht dabei hatte. Ich wünsche mir, dass wenn meine Tochter krank ist, dass ich nicht zum Arzt fahren muss, um mich rückzuversichern, dass sie vielleicht keine ansteckende Krankheit hat. Ich weiß, Telehealth kann nicht alle Probleme lösen, aber es wäre uns schon geholfen, wenn wir wenigstens per Videotelefonie abfragen könnten, ob uns remote geholfen werden kann oder eben nicht oder ob wir eben zum Kinderarzt fahren müssen. Ich wünsche mir, wenn zum Beispiel, ich wünsche mir, dass ich über meine Daten verfüge, ich wünsche mir, dass die Ärzte über meine Daten verfügen und dass die Ärzte sich untereinander austauschen können. Wenn ich einen Autounfall habe, möchte ich, dass sie direkt auf meine Daten zugreifen können, dass sie sehen, ob ich vielleicht eine chronische Erkrankung habe, Diabetes, welche Blutgruppe ich habe und welche Medikamente ich vielleicht gerade einnehme, Blutverdünner oder sonst was. Das heißt, es ist wichtig, dass die Ärzte meine Vorgeschichte kennen und das schnell und unkompliziert und wir sind erst am Ziel angelangt, wenn sich alle Beteiligten im Gesundheitswesen sicher und digital miteinander austauschen können. Ja, Marki, da waren viele gute Punkte dabei. Jetzt verstehen wir, warum du so magenta angezogen bist, positiv hinausschaust auf die Welt. Ich glaube, das braucht das Gesundheitswesen, mehr positive Impulse, rumheulen, Angst haben, das ist die eine Seite. Ich glaube, Spaß haben, toll eben die tolle Versorgung, heute schon genießen, die andere Seite. Vielen Dank, dass du da warst und bis bald. Tschüss. Tschüss. Also nicht alle Ärzte sind so smart wie du. Nein, das kann ich nicht. Sorry. Sorry. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.